Weiter 0 zu 0 und dann das. Achtung, Oliver Adler in diesem wichtigen Spiel mit diesem Riesen-Klops. Kuhn dazwischen. Kuhn versucht's und Kuhn schafft's. 1 zu 0, 26. Minute. Und was macht jetzt Adler? Leiden wie ein Hund. Und welch ein irres Ding vom Niederländer. Erwin Kuhn mit vollem Risiko ins Glück. Kilsdorf erleichtert, wurscht wie wir führen. Und natürlich auch der Anhang hier völlig aus dem Häuschen. Wie erwähnt, der Abstiegskampf als reine Nervensache. Welch ein tragischer Fauxpas von Oliver Adler. Toll ausgenutzt von Erwin Kuhn. Der arme Kerl. Und nun das Ganze nochmal. Fliegen Sie mit und leiden Sie mit. Mit Olli Adler.